Let's go! Sir, vielleicht gehen wir besser zum Sammelpunkt. Noch nicht. Pearson wird kommen. Sir, ist das wahr? Führte Pearson die Jungs in den Tod am Kassarin-Pass? Hören Sie, Daniels. Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das Pearson. Sergeant Pearson, beten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Högel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs und das zweite Platoon. Spalten! Sofort! Ranbleiben! Na los! Na los! Vielleicht ist Pearson noch am Fuß des Hügels. Ich schätze, darüber sind wir hinaus. Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Geht's dir gut? Alles klar. Wo ist der Rest? Pearson greift mit Ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Wir kommen zurück! Schnell! Sie brauchen uns! Wir haben irgendwas vor! Geht's dir gut! Feuer! Feuer! Gerät, jetzt halten Sie sie nachher dann auf! Wir wollen just mit dem Poste, guys! Geht's dir gut! Geht's dir gut! Geht's dir gut! Geht's dir gut! Wir können nicht gehen! M.G. ausgeschaltet! Nur noch zwei Schützen! Nur noch ein M.G. schaltet es auf! Die Schützen ausschalten! Sie kommen aus der Deckung! Zieh auf! Zieh auf! Wir müssen uns unter den Tumpen holen! Feuer! Wir sind leer geschossen! Auf die M.G. ist feuer! Amerikanische Truppen! Daniels! Schön, dich zu sehen, Kumpel! Mist! Was zum Teufel haben Sie sich gedacht? Ich bleibe der Mission treu! Unser Pionier muss diesen Bunker sichern! Es ist doch nicht vorbei! Daniels, bringen Sie Parker dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzieren! Jawohl, Sergeant! Daniels! Sag, wenn du bereit bist! Den Kopf runter und los! Das M.G. weiter unter Druck setzen! Vorrücken! Los, los, los! Wettung, Feuer! Unterfeuer unterdrückt! Das ist deine Schuss! Brücke vor! Auf Entdeckung! Auf Entdeckung! Feuert! Das ist deine Schuss! Feuer! Feuer! Deutsche kommen aus den Grenzen! Das M.G. ist ruhig! Ist mir sicher! Deutsche! Wir! 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 Erledigt! 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 M.G. unterdrückt! Packer! Vorrücken! Und los! Auf gehts! Der Torhentil! Der Torhentil! Die deutsche Truppen! Welche Belandmann! Einige Blatt! Er geht feiern! Er geht feiern! Wie soll ich sicher vorrücken? Auf gebrochen! Auf' die Aufleichtung! Ein Loch! Bei Ruhe von Mariby! Nase! Großart! Ladungen platzieren! Eherst! Die Zingt-eizeitig explodieren! Gottverdammte Lunte! Bunker gesichert! Rein da! Wie viele Verluste? Das war unsere Mission. Wie viele? Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten sollen. Dazu war keine Zeit. Was ist mit den Männern? Das war ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Denken Sie, ich wollte das? Wir sind Räder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer! Unsere Männer! Haben Sie das vergessen? Diese 150er feuern doch auf unsere Position. Immer weiter. Wir schalten sie aus. Daniels, die Artillerie ist da vorne. Öffnen Sie die Tür. usehen Sie die Tür. Scheibe! Verweck, verrauch' uns, Granaten! In einer Reihe, Bein! Granate geworfen! Munition versiebt, Private! Na los, na los! Die Kaffee, die Kaffee! Feinde ausgeschaltet! Daniel, regen Sie das Termin an! Ich brauche mehr Munition, Sir! Seiden, zieh die Kanone aus! Güpte runter! Yankee-Schweine! Runter, direkt vor Ort! Vorne sind noch mehr Kanonen! Weiter! Kwehner tomen. Oh actively wegen demn safra entren! Sneinen dazu aus! Rude auf dem Tor! Strom 함 auf den Tor. Er wurde mit Feind Schwerd Ver Performance in Ihre deter beliebt. Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir die 150er angreifen. Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir die 150er angreifen. Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir die 150er angreifen. Es muss reichen, wir können den Bereich sichern, dass Feuer auf uns. Daniel, sieh das jetzt hinten nach Nenni, Salo! Der Lied ist dran! 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 Werfe, granate! Werfe, granate! Wer ist, der Kopf! Oh, es wird wieder. Lieutenant! Ami. Die verfluchten Schweine. Amerikanische Arschlöcher. Sie werden uns nie schlagen. Was machen Sie hier an unserem Kontinent? Das war eine Arschlöcher für frügelamerikanische... Scheiße! Körner! Feindliche Verstärkung! Zurück! Ich hab... Ich hab es nicht. Lass mich zurück. Ich hab sie! Los! Wir schaffen es nicht! Ich hab sie durch. Alter! Als ich in die Rhe ber وأ Wieder v säger Ginge, M.A. feindliche Verstärkung. Wir müssen die Jungs wegbringen. Nein, wir schaffen das. Sie müssen weg hier. Nein, wir lassen sie nicht zurück. Ich schiebe mich auf. Ich höre sie ab. Wir müssen gehen. Los! War mir eine Ehre. Ein Opfer zu groß. Geht's. Rückzug! Los! Na los! Los, ich sag nur Rückzug! Das ist ein Befehl, Junge! Geht's! Nein! 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 Ich dachte, sie wollen die haben. Falsch gedacht. Wissen Sie, das hier ist eine neue Welt, Daniels. Meine Welt. Und ich kann ihnen versprechen, dass ich nicht schwanken oder irgendwie vor meiner Verantwortung zurückschrecken werde. Sie werden meine Nummer zwei. Sie werden mich zu 1000 Prozent unterstützen. Und sie werden dafür sorgen, dass das auch für die anderen Männer gilt. Alles andere wäre für mich eine Pflichtverletzung. Und jetzt wegtreten. Ich bin einer Schreiber. Und jetzt weg. Schreiber. Ich bin einer Schreiber. Vielen Dank.